Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Max Payne. Wir sind bewaffnet, halb gesund, wie auch immer man es nimmt. Wir speichern ab und wir machen uns auf den Weg. Und hechti, hechti! Das war okay, gut. Ja, hat gepasst. Ich dachte, es geht hier weiter, aber dabei ist es hier bloß ein kleines... Okay, dann wahrscheinlich das hier. Ja, ist das hier. Speichern. Hallo? Ah, guck mal, da sind noch ein paar. Uh. So. Ich muss mal nochmal gucken hier. Waren die Tasten... Ach so, okay. Ich hatte die Tasten umgelegt. Umgelegt, ja. Was ist da? Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Den da oben habe ich gar nicht getroffen. Komm. Hey. What the fuck? Warum erwisch ich den da oben nicht? Mann. Hat sich aber auch gewehrt. So. Das, 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 das. Da kommen wir nicht hoch. Ähm. Da bleibt ja nur die Tür hier, oder? Oh, Chironimo! Oh. Oh. Okay. Boah, der hat sich hier echt hinter versteckt, die Sau. Aha. Ach, der hat die Waffen beschützt. So. Aber wir hätten doch auf das Fass schießen können. Okay, geht nicht. Vermutlich die Tür. Achtung. Simsalabim. Ist hier wer? Hä? Hä? Ach, hier, wa? Okay. Wir fahren mal noch hoch. Da stehen Fässer da unten. Uh. Eine Granate. Lass mich raten. Ach, da. Hm, okay. Hui. Och, das hat ja gar nichts gebracht. Aua. 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 Kommt noch mehr, oder? Hallo? No, gut. Ähm. Drei, zwei, eins und... Was? Da hat der das überlebt? Hier geht's nicht weiter. Und hier? Ah, war klar. Ist zu. Oh, schön sieht das hier aus. So richtig gemütlich. So, erstmal. Huch. Was zum. Ja, was zum. Genau. Hui. Die haben ja alle immer so ein kleines Kabüffchen. Aber ist das nicht ein bisschen kalt hier ohne Heizung? Oh, was? Wo? 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 Wo kommt der denn hier? noch einer? Zwei, drei. Aua. Okay. Ich hoffe, wir bekommen hier bald... Kran? Okay. Ist das dafür? Oh je, ist doch ein Kabuff. Und Schmerzmittel. Okay, das scheint... Bis wir hier hochklettern, oder? So. Jawoll. Okay. Uh. Uh. Was? Warum geht das wieder runter? Hallo? Ja? Uh. Ey, macht mir doch hier keine Angst, Leute. Ich spiele ein Action-Spiel und kein... Erschreck mich, hier Spiel. Hallo? Ähm. Ja? Hallo? Was? Was? Okay, dann nehmen wir das mal hier. Na, was passiert da? Uh. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Uh. Uh, uh. Wo kommt jeder hier? Mann. Toll. Oh, wir haben Schmerzmittel aufgenommen. Das ist aber was ganz Neues. Was? Hallo? Wir nehmen jetzt mal die Pistole. Die Barretta. Die Doppelte. Da ist nix. Was? Was? Ey, komm, den treffe ich doch. Jetzt treffe ich ihn. Was macht der denn da? Ah, da kommen die Nächsten. Oh, ich würde hier nicht bei den ganzen Schmerzmittel mal ballern, Leute. So, darf ich hier runter gehen oder geht's hier? Nee. Ah, schnell durch. Was? Hui. Oh, Leute. Oh, ich halte hier echt die Luft an. Ich glaube, das ist nicht gut. Hallo? Da scheint's clean zu sein. Da ist einer. Irgendwas passiert da gerade? Ja, ja, Granate werfen. Ist klar. Heute nicht. Nicht mit mir. Denn jetzt ist Max in the house. Aha. Toll, jetzt ist die Brücke hier hoch. Automated Bridge. Mhm. Ach so, hier ist ein... Nee, ist hier was doch? Ein Boot? Nee. Nee. Hä? Warum? Warum? Was ist das? Der Brief war niemals eine Tickung. Hä? Rico Muerte wollte in der Stadt mehr erledigen als Plusfamilienstreitigkeiten. Beweisstücke 2 und 3. Eine Aktentasche voller Geld, ein Präzisionsgewehr und ein Umschlag mit einem einzelnen Wort auf teures Papier gedruckt. Bürgermeister. Das sah nicht nach einem Mafia-Vertrag aus. Zu kalt und zu präzise. Ach, wir sammeln ja auch noch nebenbei Beweise. Haben wir jetzt hier gerade den Auftragskiller hier umgebracht? Ach, Max, Max, Max. Wie viele Menschen müssen noch durch deine Hand sterben? Wir probieren mal was. Können wir überhaupt hier reinzoomen? Weil es ist ja eine Sniper Rifle, ja? Also, ich weiß nicht. Können wir... Können wir dann zoomen? Wahrscheinlich nicht. So. Ich glaube, die... Okay. Hüpf. Und hüpf. Ist da noch wer? Ich glaube, wir müssen doch durch das Tor hier oben, oder? Ah, Vorsicht. Was ist das denn hier? Sehr gut. Caution. Use wheel blocks when parking in this area. Ist das ein Hinweis? Aber wenn, dann doch nach da, oder? Wartet mal. Was? 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 Wer brüht? Ah, okay. Das ist gar nicht funktionstüchtig hier. Haha. Oh. Au. Au. Und fall um. Ey. So, zweimal. Ah, wir haben die Brücke damit jetzt so runtergemacht. Okay. Uh. Ey. Jetzt aber will ich es wissen. Toll. Ich werde genau getroffen die ganze Zeit. So, viel besser. Achtung. Er steht immer noch. Aua. Hm. Lassen wir das? Ach, das lassen wir. Komm. Zwar nicht gut, aber was wollen wir machen? Hm. Ey. Wo kommen die denn immer alle her? Und warum immer so stoßweise? So, alles erstmal eingesackt hier nochmal. Was wir an Munition verloren haben. So. Tief durchatmen. Oh, da ist Strom. Oder? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich glaube, da müssen wir drüber springen, oder? Äh. Aua. Oh. Hier sind Computermonitore. Und da ist... Irgendwas drauf und wird gerade aufgenommen. Oh ja. Meine Lieblinge. Das sind meine. Das sind eindeutig meine. So. Hier ist doch was. Nee. Nee. Okay. So. Keinex. Corporation Docks and Warehouses. Okay. Authorized. Personal only. Geht nicht. Ach doch. Okay. Sequenz. Kapitel 3. Bei ratten und öligem Wasser. Ich ahne, Schlimmes. Toll. Das wird schon geballert. Hui. Dann machen wir es so. Ach so. Können wir ja auch durchschalten. Okay. Vielleicht schafft ihr das schneller als mit dem Mausrad. Da ist nix. Dann gehen wir erstmal hier. Oh. Oh. Was habe ich gesagt? Da ist nix. Nein. Oh. Puh. So. Wir brauchen mal eine andere. Eine andere Waffe. Ähm. So. Jetzt haben wir nochmal. Hier kommt jetzt gleich einer. Wenn man es weiß. Oh oh. Hahaha. Das ist das. Quatsch. Hahaha. Wir können natürlich aber auch. Guck mal. So machen. So. Haben wir zwar nicht viel gekonnt. Guck da aber. Wobei. Warte mal. Aua. Ne. Ist auch nicht besser irgendwie. So. Wir bleiben dabei. Wir nehmen das jetzt so einfach hin wie es ist. Wir werden sowieso gleich hier wieder mörderisch überrascht werden. Habe ich es nicht gesagt? Ey. Vor allem wie die das immer schaffen. Warte mal hier hinten. Halt. Wollte ich jetzt nicht. Ähm. Ich will mal hier hinten gucken. Hier war doch noch eine Tür. Zumindest. Ne. Keine Tür. Aber zumindest liegt hier noch was rum. So. Voller geht es nicht mehr. Wir bleiben dabei. Komm. Achso. Können wir das hier. Och. Wir können es nicht trinken. Schade. Ach Mist. Das wäre so schön gewesen. Trinken und heilen. Aber nein. Wir brauchen unbedingt unsere Tabletten. So. Ich ahne jetzt. Ich wusste es. 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 Aber jetzt müssen wir uns langsam ein bisschen ranhalten. So viel können wir nicht mehr einstecken. Ich hoffe hier kommt auch keiner mehr weiter. Außer jetzt um die Ecke. Hier hinten. Oh. Hier hinten ist noch. Ja. Ah. Herrlich. So. Hallo. Mal gucken. So. Jetzt kommen sie gleich von unten. Wollen wir wetten? Boah. Toll. Wir sollten nicht runterfallen. So. Hammer. Wir sollten nicht runterfallen. Aber es kommen noch mehr. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Und wie viel wollen wir wetten? Speichern. Speichern. Halt. Da ist doch was drin. Moment. Wollen wir mal gucken, ob wir die kriegen hier. Nee, so nicht. Nee, so nicht. Nee, so nicht. Oh, aber wir haben es überlebt. Wie kommen wir denn da oben rein? Das wäre jedenfalls ein schönes Secret. Wenn es sowas geben würde hier. Also gibt es bestimmt. Aber jetzt nicht als Belohnung. Kommen wir von hinten besser rein? Doch, von hinten kommen wir glaube ich besser rein. Über die Kisten. Dann machen wir mal den Trick über die Kisten. Und merke, wir können Beuchlings tiefe Tiefen fallen. So, hier. Guck mal. Von hier können wir. Ah. Was ist hier? Schmerzmittel. Und jetzt müssten wir wieder rauskommen, richtig? Und sprung. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mein Gott, was passiert hier bloß? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Euer Firefox. Euer Firefox. Euer Firefox. Bis zum nächsten Mal.